Wegen der Ausbreitung der Affenpocken haben die USA den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Mit dem Schritt soll es der Regierung in Washington ermöglicht werden, besser auf die Situation zu reagieren. Bislang haben sich mehr als 6600 US-Amerikaner mit dem Affenpocken-Virus infiziert. Das Weiße Haus teilte mit, es habe mehr als 1,1 Millionen Impfdosen zur Verfügung gestellt.